Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update. Ja, und es gibt eine Neuigkeit hier bei Trade Republic. Werdet ihr wahrscheinlich schon per Mail oder hier im Fenster gesehen haben. Die neue Trade Republic Karte ist da. Hol sie zuerst, die erste Karte, mit der du beim Zahlen sparen kannst. Ja, und was ist das genau? Ich habe mich jetzt hier eingetragen und stehe auf der Warteliste. Und hier sehen wir es auch schon, wird auch auf der Website ganz groß beworben, die cleverste Art zu investieren, bezahlen und zu sparen. Erhalte 4% Zinsen auf dein Cash. Hol dir deine Karte ohne monatliche Kosten und erhalte 1% Safeback beim Bezahlen. Investiere einfach und sicher mit nur einem Euro. Ja, das klingt auf jeden Fall super vielversprechend, auch dass es hier keine monatliche Grundgebühr geben wird. Hier steht ja auch nochmal drunter, unbegrenzte kostenlose Abhebung an Geldautomaten und das Ganze weltweit. Das ist schon echt eine sehr, sehr gute Kondition. Dann hier noch erhalte 1% Safeback auf Kartenzahlung in deinen Sparplan. Da bin ich auch mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es vergleichbare Karten gibt. Also falls ihr sowas kennt, dann sagt gerne mal Bescheid. Und hier dann noch runde deine Kartenzahlung auf und lege dein Wechselgeld unterwegs an. Ja, das ist auf jeden Fall eine Neuerung. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass sowas kommt. Wie gesagt, ich habe mich für beworben. Ich stehe jetzt auf der Warteliste. Ich bin mal gespannt, ob ich sie bekomme oder wie viele ausgewählt werden, um diese Karte nutzen zu dürfen. Ja, spannend auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch nutzen werdet oder möchtet. Bislang geht es ja nicht danach. Man steht ja erst auf der Warteliste. Aber wir können natürlich gespannt bleiben und ich werde euch hier updaten, ob es mit der Karte dann geklappt hat oder nicht. Und dann, wenn wir uns wieder auf die Karte dann 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 auf die Karte. Vielen Dank.